Welcome to see you, the teddy bear So, jetzt bin ich mal, was machen wir, was machen wir? Nest oder Jagd? Ehrlich gesagt, ich würde gerne Jagd machen, aber die hatten wir vorher, Nest hatten wir noch nicht Okay, dann mach mal Nest Mach mal Nest, also Jagd wäre mir lieber, weil es einfacher ist, finde ich, obwohl wir versagt haben Aber wir möchten ja alles zeigen, also wir möchten nicht nur schauen Das wollen die Leute sehen Oder schreibt es in die Kommentare, seid ihr auch dafür, dass wir alles zeigen? Ich denke schon Ja, ich denke auch, ne, immer positiv bewerten ist immer gut, gell? Also, Daumen hoch Kommentare schreiben, wie es euch gefällt Ihr könnt es auch mitten im Video anfangen und kommt da zum Schreiben Das geht schon Ich mach das ja auch immer so Guck mir ein Video an, schreib mittendrin einen Kommentar, gucke ich weiter und dann kommt vielleicht noch ein Kommentar Ja Genau, warum nicht Ich denke mal, für diese Mission werde ich mal den Assault fast nehmen Okay Weil der fehlt mir nämlich auch nur noch einen Stern Ja, bei mir denke ich auch, aber ich nehme ihn jetzt wieder, weil ich mit meinen Lenkraketen hundertprozentig die Eier schneller zerstören kann Okay Die ist nur zum Vorteil Ja, deswegen nehme ich eben den Assault, weil der eben auch die Eier schneller zerstört, wie wenn ich jetzt den Trapper nehme Das wäre eine Premiere, wenn wir die jetzt ausschaffen würden Dann wäre das erste Mal mal ein Vorteil auf unserer Seite im nächsten Level Ja, aber muss man dazu sagen Wir sind nicht schlecht Also ich meine, wie wir noch nicht aufgenommen haben und so gezockt haben Wie soll ich sagen, ich sag's jetzt einfach Wir haben wie immer verloren, alle Dinger Außer die letzte Schlacht Also das heißt, wir haben dann im Endeffekt eh alles gewonnen Ja, klar Ja gut, im Prinzip darf man aber nicht vergessen, es gab trotzdem mehr Getötete, wie das wir gerettet haben am Schluss Das hättest du jetzt nicht sagen müssen, das hättest du jetzt nicht erwähnen Ich wollte noch sagen, das passiert aber bei Krieg ab und zu Ja So, das nächste Ei ist das hier Okay, wir haben wieder Daisy diesmal dabei Das ist cool, die ist super Oh So, müsste ich das nicht Ich glaube, ich hab grad mutiert Oh, es lebt noch immer Hinweg viel aus, ey, Mann Das ist weg Das war's Das war's Alter Das hättest du dabei Hoppala Keine Ahnung, was jetzt los war Oh oh, da hinten am Vögel schonmal Oh, das ist gar nicht so weit weg, hab ich irgendwie das Gefühl Deswegen schon hat man sich gleich mal hier das erste Ei Weil sonst werden's dann auch umso mehr Monster Ja Oh nein, nicht schon wieder ein riesen Maul Wo ist denn das? Kriegt ihr das hin, dann secke ich das Ei Ja, das kriegt man hin So, ein Schuss noch oder zwei, ein Ei ist zerstört Hoffe ich Oh oh, es hat jemanden von uns Aber es ist mal eine Mine rein Nee, das Ei haltet echt viel aus Ich dachte mit meinen Raketen könnte ich das schön Rollen wir an, aber, ne Wenn ich versuche mal zu zielen, ne Ok, ist weg Ok, gut, gut, gut Oh oh, oh, das Monster ist hier Was, wo? Da hinten rein Ah, es ist ein Goliath Es ist ein Goliath aber Zum Glück endlich mal eine gute Nachricht Der ist in der Kuppel Er ist noch in der Phase 1 Wir könnten ihn snacken Ja, ich bin grad da hinter ihm her Ah, der ist der Wellherd Oh, der soll unsere Medizinfrauen in Ruhe lassen Oh, ich nehm mal Schutzschild Vielleicht kann ich so lange ihr helfen Ah, das macht Daisy schon Ok Gut, dann müssen wir das Monster auslenken Die Aufmerksamkeit Ach mich, ich bin drauf drauf Ja, ich hab's gut Gib's zu, sowas hast du noch nie gesehen Oh, ich hab gleich sein Schild Ich hab gleich sein Schild Ok, wir haben so ein Schild Oh, verdammt Hinterher, hinterher Wir haben es richtig schön verletzt Das darfst du nicht entkommen Ja, ich bin schon hinterher Ah, die Kuppel ist noch an Es kann gar nicht weg Wie lang ist denn die Kuppel jetzt noch an? Oh, die Kuppel ist gut Jetzt kann's weg Ach, das ist gar keine Oh, ok Jetzt haus ab Ne, 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 das lass ich doch nicht zu her Das können wir doch nicht zulassen Das ist echt flink Das ist jetzt da hinten lang gewandt Aber ich probier jetzt erstmal Geht ihr mal hinter dem Monster her Dann kann ich mir vielleicht das Ei so lang vornehmen Ja, wo ist denn Daisy? Wer vielleicht kriegt... Ich kille mal so ein... Ich brate schon mal das Ei hier Ich muss mal sagen, ein Albino killen Bis dort? So, ich schütze mich schon mal ab Oh, ne, es ist Phase 2 Wieso so schnell? Keine Ahnung, aber ich mach's all gerade platt Oh mein Gott, ich brauche ja eh zwei Einten für das Albino So, Daisy Ähm Wo bist du? Das hat dafür noch niemanden schlüpfen lassen Guck mich nicht so an, zeig mir den Weg Wo ist das Monster? Komm, 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 komm Ich bin kaputt Daisy hat irgendeine Spur Daisy hast du eine Spur Ich hoffe es macht sie nicht auf den Weg zu mir Weil ich zerstör gerade das Ei hier Ne In Ruhe Daisy is buggy irgendwie Opa la, jetzt schiesse ich auf sie natürlich Sie rennt mir nur hinterher Also, weiß nicht Okay Vielleicht riecht es auch dich im Moment So, ich hab wieder ein Ei Wow, 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 wow Komm ich mal hin Gut, dann snack ich das andere Ei Weil Daisy, sagt man jetzt nicht wirklich den Weg an Das ist komisches Trend Okay, dann folgt Dann renne ich dahin, wo es Ähm Wo die Vögel aufgeschreckt wurden Okay, ein Monster ist frei Was ist da unten? Was ist da unten? Also, irgend so ein kleines Mädchen Gut Ah, jetzt muss ich nachladen, wie blöd Moment, ich bleib denen Ich würde sagen, wir bleiben jetzt lieber zusammen Wenn es nur Monster gibt Weil die sind Und ihr seid alle auf einem Haufen Und ich glaub ich werde gleich verfolgt Gut Oh Gott Das Monster ist hier Das Monster ist hier Oh, er macht die Kugel Es ist hier Oh verdammt Oh, ich komme Es geht auf mich das Ich mach mich einfach unsichtbar Oh, Well ist tot, verdammt Ich bin doch unsichtbar Verdammt, ich liege am Boden Ich brauch Unterstützung Es leckt mich Es leckt mich Ich komme, ich komme, ich komme Wo bist du, wo bist du Ich glaub das schaffst du nicht mehr Ich schiesse voll daneben Ja, ich bin Ich bin Geschichte Das war's mit mir Leute, das war's mit mir Aber Wir nehmen noch eine Minute Und irgendwas überleben Na, vier Minuten Seht das wichtig? Eineinhalb Minuten überleben Dann komm ich wieder Oh, das schaffe ich nicht allein Wozu wird durch die Gegend schwirrt Hast du das Schild nicht? Das Schild, das macht dich unverwundbar Für eine kurze Zeit Scheiße, aber das war zu spät Oh no, das Monster Hä, ich hatte das Schild Ich habe das Schild eine Sekunde zu spät aktiviert leider Aber eigentlich hätte das Schild noch wirken müssen Wo ich am Boden war Und das macht's komischerweise nicht Nee, ich denke das funktioniert auch nicht Wenn du Oder? Ich weiß, na, ich denke das ist nicht Doch, das wird erklärt Gut, dann Ja, dann vielleicht doch Ich weiß nicht Als haben wir im nächsten Abschnitt Die Monster wieder Die Chance sich zu teleportieren Ja, aber das ist der Goliath Der Goliath ist Mirwurst Sag mal so Haha Ist mirwurst Na, ich meine Ist nicht so tragisch Mit der Teleportation beim Goliath Ja, gut Oh Ich könnte mit dem Assault auch bald Eines nach oben kommen Ich glaube ich bleib dir jetzt erstmal Dem treu Dann kann ich alle nach dem andern mal einen Charakter freispielen Ok, diesmal gibt es wieder mehr Getötete Gerettet haben wir keinen zuletzt Ah Gut Leute, das war ein Nest Hahaha Jetzt machen wir Jagd Das war ja jetzt, genau Jetzt machen wir wieder Jagd Machen wir nochmal Jagd Wobei am besten lief es bisher bei Rettung Komischerweise Stimmt Ja, aber mir ist jetzt die Jagd lieber Weil wir Rettung hatten wir jetzt auch vorhin schon Also wir schauen, dass wir so eine Reihenfolge einhalten, ne